Parchim wählt. Bürgermeister Bernd Rolli gibt nach 21 erfolgreichen Jahren sein Amt ab. Am 26. April sind die Bürger zur Wahl aufgerufen. Birgit Ahlisch, Dirk Flörke und Sebastian Glanz glauben, sie haben das Zeug zum Bürgermeisteramt. Thomas Böhm, Chefredakteur von TV Schwerin, hat am Montag in der Stadthalle Parchim einen Talk zu den Themen moderiert, die Parchim bewegen. Windkraft, Wirtschaftsansiedlung, demografischer Wandel und weitere. Wie positionieren sich die Kandidaten? Das sehen Sie am Freitag hier auf TV Schwerin.